Musik 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 Aus Wacken hier hergebracht? Genau, aus Wacken hier hergebracht. Ursprünglich sah man eigentlich hauptsächlich nur die Probleme in dem Fensterrahmenbereich, überall, dass dann alles aufgequollen war. Ja, das ist meistens so. Fußboden, Platten und sowas, überall Feuchtigkeit drin, die ganzen Platten waren aufgefallt, aufgequollen und da war eigentlich alles Schrott. Habt ihr jetzt einen Deadline oder so? Nein, die ist auch in so einem Projekt nicht möglich. Wir geben alles, wir sind hier immer mit ordentlich Leuten dabei und alle Leute haben Bock und es macht Spaß irgendwie auch. Es ist irgendwie, weiß ich auch nicht, typisch Onkels-Familie, die sind drei Minuten hier und man ist auf einer Wellenlinie irgendwie in der Hand. Musik 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 So, ja, hier hatten wir jetzt die Möglichkeit, alles zu machen. so hinzustellen, wie wir es im Bus auch ausgebaut haben. Wir werden alles ein bisschen überarbeiten und ein bisschen schöner machen. Und das ist eigentlich ganz geil und für dich als Fan mit Sicherheit cool irgendwie. Die alten, originalen Autogrammkarten und so. Da werden wir sehen irgendwie, dass wir sowas versuchen dann irgendwie meinetwegen das zu laminieren. Ja. Und dann hier eben hinter Plexiglas oder so irgendwie alles wieder da reinbringen. Okay, ja. Willst du für schon was mitmachen? Na klar. Musik 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 Und Köln, sie hat die Haas und lieb. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020